Yo, was geht ab? Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, Valhalla, voila, voila, sey, oh, warte mal, scheiße, das war nur ein Pfeil, was war das für ein Geräusch? Komm mal rein hier! Nö! Gerade so, ich hatte irgendwie Angst, dass du zu so einer Art Alarm rennen möchte. Irgendwie so eine Signalfackel oder irgendwas, wo die dran bimmeln können, was weiß ich. Ich brauche erstmal irgendwie Pfeile. Ja, ich bleib mal lieber geduckt. Pfeile, Pfeile, Pfeile! Oh, da liegt was. Hilfe! Eine Schlange war das! Das war jetzt echt ein bisschen dumm. Ja, ne, das sind keine Pfeile. ... Bande ist was da! In Udbech gibt es keine Pfeile! Ein Jagdpfeil. Ist geil, wie ich was sehe. Jawohl. Halt. Dürfen nichts liegen lassen. Hä? Da kann Geduck da nicht hochgehen. Oh, das war doof. Das sind doch die... Die ganz oldschooligen Alarmanlagen. Nehmen wir mit. Oh nein. Okay, dann geht es auch mal so. Ja. Rötet alle heidnischen Hunde, die dem Überfall auf Granterbrück entkommen konnten. Aber schon das gelbbemalte Langschiff. Dieses Schiff birgt den Herold unseres großen Sieges. Fußgarelax. Fußgarelax. Hallo. Ach so, das habe ich schon gelesen. So, sehr schön. Gerade alle weg. Diese kleine Inselchen und dann dahin. Und ich habe jetzt gerade auch Lust, dass wir uns mal kurz im Kodex umsehen. Oh nein. Da wollte ich nicht hin. Gegner. Verteidiger. Verteidiger. Äußerst wendige sächsische Verteidiger, die sich gleichzeitig bewegen und angreifen können. Wenn sie ihre Schilde verlieren, drehen sie völlig durch und greifen auf fieberhafte Verzweiflungsangriffe zurück. Auf Abstand halten. Schild. Zerstören. Kopf ist empfindlich. So, das war es schon. Aber Inventar. Da geht es ab jetzt. Hast mir hier ein neuer Runenstein. Tieren da rein. Boah, wir können auch richtig viel verkaufen dann, ne? Rechteckiger Stein. Bogen. Ein Seil. Besteck. Wolfskralle. Ich fände es cooler, wenn irgendwie das, was hier steht, einfach nur in der Mitte erscheint. So, dass man hier mehr sieht. Weil die Schrift, ne? Die Erklärung verdeckt ja dann die Hälfte. So. Oh, jo. Wir haben ja... Wir haben ein Schild. So. Vergleichen. Huskalaxt, Warensaxt. Aber die hat ja auch noch... Warte. Rühnen dran. Entfernen. So. Jetzt möchte ich jetzt mal mit dem hier vergleichen. Sieht... Na ja, nicht so gut aus. Ehrlich gesagt. Nö. Achso, doch. Ausgerüstet ist ja rechts. Ja. Nehme ich. Und will ich auch gleich verbessern. Und Runen anlegen. Attentatsschaden, Feuereffektivität, plus 3, Blocken, plus 2,4, Angriff. Ich lasse mal den Attentatsschaden dran, weil ich halt so ein bisschen auf... Dings gehe. Also so auf den Schleichmodus. Jo, jetzt ist das Problem. Haben wir denn hier noch was? Wird man jetzt halt alles verbessern, aber... Das lohnt sich wohl mal. Oh, da habe ich jetzt viel verbraucht. Schack. Nochmal da rein. Ach, ich habe in der zweiten Hand den Bogen. Deswegen kann ich kein Schild benutzen. Ne, Moment. Das ist die Rabenclanhose. Ja, aber die Rabenclanhose ist ja schon besser, genau. Sehr gut, Helm. Oh, ich habe sogar einen. Möchte den ehrlich gesagt aber nicht ausrüsten, weil ich dann auch in den Sequenzen wahrscheinlich den Helm aufhabe. Vermute ich ganz stark. Oh, ja, Barjeks-Montur. Ach, Quatsch. Moment. Warensaxtus-Karel-Axt. Hier kommt jetzt der Schild hinzu. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Und weiter geht's. Da hinten hin. Da ist ja auch noch ein Häuschen, sehe ich gerade. Ach, das ist das, oder? Ey, das ist noch ein bisschen weiter weg. Doch, das ist das hier. Okay, sehr schön. Kommt der her jetzt? Können sie die alle machen? Oh, warte, nicht rausgehen. Jetzt habe ich fast rausgesprintet auf ihn drauf zu. Ach, verdammt. Gott, verfluche dich. Guter Stahl. Wir lassen uns nicht mehr irren. So geht's auch. Ach, jawohl. Also, das Blocken klappt. Man muss halt den richtigen Moment erwischen. Ist ja ganz klar auch. Oh nein. Oh, wie dumm. Ja, komm ey. Stell dich mal bescheuert an. Komm doch heran. Mann hat er die Uhr weg. Boah, ich hasse es. Oh. 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 So, jeder. Ja, gib mir was. Boah, gar nicht jetzt endlich zurück. Seasway. Ich nehm das Boot. Gut. Also, ich glaube... Ich weiß nicht. Ich hab das Gefühl, die lassen sich ein bisschen blöd steuern, die Boote. Wo denn? Ach, hier jetzt! Alles klar! hey leute mittel tune